Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind schon in Humperstone. Ja, und gucken uns jetzt hier um. Das war eine Salpeter Stadt. Hier wurde Salpeter abgebaut und haben eben auch die Arbeiter mit ihren Familien gelebt. Es waren entweder 3.500 Familien oder 3.500 Personen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sucht euch was aus. Ich blende es hier ein dann. Ja. Weiter geht's. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Also ein bisschen gruselig ist der Raum tatsächlich mit dem kaputten Bett und den Clowns da drauf. Untertitelung des ZDF. 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 So, wir sind gerade rübergegangen zum anderen Salpeter Werk, das heißt Santa Laura. Zu Fuß mit den Rädern. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF.